Wie heißt denn du auf Ensta? Aromen! Nach was schmeckst du denn? Fetter springen! Wie lange glaubst du, sind wir schon zusammen? Ich weiß nicht, rau oder blond fahren. Die wollen mitfahren? Ja, bitte. Mitfahren können sie. Oder braun. Ich würde beide nehmen, aber das Problem ist, du bist nur am strahlen. Ist gut, oder? Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei 100 The Challenge Festival. Es ist ein Festival und es besteht aus Motocross-Action und Musik. Das ist eine sehr wilde Kombination. Wir waren gestern Abend schon da und heute fahren wir mit unseren Bikes auf dem Festivalgelände und gucken mal, was da so passieren wird. Ich habe schon wilde Storys gehört. Die Leute bauen mit Bierkästen und Bierbänken irgendwelche Rampen und fahren mit Rollern und MX-Bikes drüber. Weil es ja ein abgesperrtes Gelände ist, machen wir natürlich ein bisschen Krach dort. Das heißt, die gute Uri-Trütte, die kommt ab. Und jetzt machen wir erstmal hier den Ackra drauf. Okay, jetzt gibt es noch einen Soundcheck und dann fahren wir auch los. Gucken wir mal, was da so abgeht. Alter, jetzt sehen wir uns auf der GoPro wieder. Jungs und ich dachte mir gerade, ähm, ich dachte mir gerade, weil wir auf dem Festival sind und die Felgen sind, oh mein Gott. Seht ihr denn aus? Kann man wirklich für alles benutzen, weil es ziemlich gut funktioniert. Ich zeig's euch. Wow. Wir gehen einfach überall einmal drüber. Sie glänzt wieder. Geil. Motor-Kraaaack. 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 Er freut sich. Der Weg dahin ist schon echt... Der Weg dahin macht schon richtig Stimmung hier. Aber gerade wieder die Felgen geputzt, man. Ich sehe mich gleich schon, wie der Donuts trifft. Ne, das habe ich abgerissen. Weil da stand ja Freitag drauf. Heute ist ja Landtag. Hast du alles richtig gemacht? Hallo. Wir bräuchten noch so ein Bändchen für Samstag. Seid ihr nicht eigentlich Fahrer? Beides. VIP und wir dürfen fahren. Wir fahren jetzt nicht schnell, aber wir dürfen fahren. Jungs, wenn ihr nicht schnell fahrt, muss ich euch leider vom Platz schicken. Scheiße, dann müssen wir eigentlich wieder nach Hause fahren. Ist die Kamera an? Ja, die läuft. Jungs, was auch immer ihr macht, macht weiter damit, gebt alles. Wir geben 110. Machen wir. Das wollen wir hören. Ist das gut für dich, wenn du mit dem Video bist? Natürlich. Für Fabian! Jawohl! Oh ne, meine schönen Felgen. Ey, lass mal ein Drift raushauen. Ein Drift! Ja, komm halt. Geil. Danke. Gerne. Oh, geil! Seid ihr Fahrer? Ja, siehst du doch. Habt ihr Glück? Ja, Junge. Ach hier? Wir hatten noch Wunder. Ey, schon wieder in der Spielfahrt. Warte weiter. Der will, dass ich wieder drifte. Ja, geiler Hut. Geiler Cap. Vielleicht darfst du nachher mal aufhauen. Oh, bitte. Junge, was hier los ist? Okay, ich merke schon, die Jungs haben was drauf. Da ist die Two-Struck. Mit den Reifen geht ihr nicht. Ich bin der Einzige, der verfolgt ihr von den Reifen. Hahaha. Man kann hier mit den Reifen wirklich. Es geht. Man kann keinen Wheelie machen. Hä? Wie ist der Mann? Außer Betrieb? Ja, der ist fertig. Ist er wirklich außer Betrieb? Ja, der hat alles gut. Ah, okay. Aber legt ihr nicht zu lange in die Sonne, ne? Darf ich den Krümmer mal streicheln? Ist der Krümmer heiß? Ja. Darf ich ihn mal streicheln trotzdem? Nee. Also ich kann es dir nicht empfehlen. Arrr, arrr. Geile Videos. Danke dir. Ich wünsche dich. Alles Gute. Oh, oh. Oh, nee. Alles Gute. Trocknet, weißt du? Kannst du Zeug gemacht? Ey, tut mir leid. Ey, das ist gar kein Problem. Feier deine Videos. Soll ich mal ein Donutchen machen? Ich habe eine hüpfe Dame. Ja. Braun oder blond. Und dann? Die wollen ein Wheeliefeeling haben. Man kotzt. Die wollen hinten drauf? Ja. Ohne Spaß. Blond oder braun? Nee, das Problem ist, ich würde beide nehmen. Aber das Problem ist, man kann hier keine Wheelies machen. Funktioniert nicht, weil wir Straßenreifen haben. Du hast auch kein Profil mehr drauf. Ja, deshalb. Für eine kleine Runde. Die wollen mal eine kleine Runde mitfahren. Die wollen mitfahren? Ja, bitte. Ja, okay. Mitfahren können sie. Das müssen die untereinander ausmachen. Eine kann ja bei David mitfahren. Das ist fies jetzt, ne? Ja, das ist schwierig. David, komm mal her. Wir haben Mädel für dich. Du willst mitfahren? Ja. Okay. Äh, Wheelie ist schwierig. Sag mal David Bescheid, dass du herkommst. Ja, David, jetzt komm mal. Setz dich mal hier drauf einfach. Wie war dein Name noch? Lara. Lara, okay. Wie alt bist du? 18. Perfekt. Ja, safe. Lass machen. Komm, ich mach eins. Okay. David, fährst du vor? Okay. Oh je. Fast passiert hier. Was passiert denn jetzt hier? Fährst du selber auch Motorrad? Nee, leider nicht. Noch nicht? Noch nicht, nee. Kommt noch. Kommt noch. Also ist in Planung? Ja, ja. Sehr gut. Komm, ich mach auch ein paar Sachen. Wir fahren gleich wieder zurück. Geil! Ah, hat sich hingelegt. Geil. Ciao. Ja, komm drauf. Sollen wir weiterfahren? Ja. Ja, ja. Du darfst dich ruhig festhalten, ne? Du bist der Taste-Sieger. Ja. In was denn? In Aromen. In Aromen. Nach was schmeckst du denn? Weiß ich noch nicht. Noch nicht. Was? Oder was? Ja, da musst du ja auch... Schwierig, muss man noch testen. Wer bist du? Mich kennt man nicht. Nee, wer bist du? Er ist gut. Wheelies, Bruder. Danke. Wie lange macht ihr das mit? Länger als Teikon. Entschleidämpfer. Scheiße. Ich hab mal nicht mit dem Acht draufhören. Sorge noch, was passiert denn hier? Du bist nur am Strahlen. Ja. Ist gut, oder? Ja. Strahlt sie denn auch so viel? Ist die Frage. Ja. Fahr mal durch, David. Nicht abdrehen, Jungs. Normal über den Hochfahren ist alles okay. Wir fahren ja mit den Mädels ganz entspannt, also... Naja, das kann ich euch sogar glauben diesmal. Ja. Du musst mit drauf. Ja. Komm. So. Er fühlt's immer noch. Martin! Ey! Ich hab noch nichts gehört. Hör doch mal! Er mit seiner Kiste die ganze Zeit. Was geht, was geht? Wo bist du? Ich bin Maurice. Bist du Maurice mit der Klingel Fuser? Genau der. Was meinst du? Nein, du kannst ja gerne mit deiner Freundin zusammenziehen. Wie lange glaubst du, sind wir schon zusammen? Ich weiß es nicht. Schätz mal. Du bleibst da? Fast. Bisschen länger. Ja. Ja. Drei Jahre. Drei Jahre? Also bis später. Lass dich mitziehen. Ich will sie noch einen schönen Tag machen. Ja, wir auch. Die wollen ja mal, dass wir einen Wheelie machen. Ja. Aber wir haben Straßenreifen. Ja. Ey, wie heißen du auf Ensta? Ich muss mal gleich nachgucken, wie... Wie es seiner Freundin geht? Ja, dann fahren wir zu den Jungs zurück, okay? Wie lange kennst du sie schon? Schon Jahre. Echt? Ja. Wheelie Tutorial hat noch nie geklappt bei mir. Ja? Bis später oder so. Ich würde sagen, ich mache das mal Danke. Gerne. Du kannst doch springen. Was? Mach nochmal. Guck mal aber auch. Ja, guck mal. Ihr sagt alles ein Mädel. Warum macht ihr das nicht? Ja, wir bauen das Fußgelenk. Guck mal. So krass wie du bin ich leider nicht. So krass wie du bin ich leider nicht. Ja, ich war viel zu schnell. Ja, ich war viel zu schnell. Wie heißt du auf Ensta? Marlene Josefine 31. Also Josefine... Wie heißt du auf Ensta? Das geht jetzt hier richtig los. Das geht jetzt hier richtig los. Ich werde dich schon finden. Das geht jetzt hier richtig los. Ja, ja. Sorg mal für Stimmung Banane. Okay. Das war doch geil Leute. Aber ich glaube es war ziemlich lustig. Und zum Glück haben wir noch ein bisschen Eskalationen gehabt. Ich bin lifespanur ja auch gleich die Keduzreine. Bun war die beaucoup lustig. Jetzt sitzt mit 3D und über too alt.